Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war Visualisierung. Meditation hilft dir, präsenter zu sein, Spiky. Und nicht total abzutriften. Du machst das bestimmt oft im Auto, da bin ich sicher. Ja, genau. Was soll das heißen? Man setzt sich nicht auf eine Matte und wird präsent, wenn's losgeht, Mann. Nein? Nein, man ist aufgekratzt. Zieht sich Musik rein oder so. Aufgekratzt, okay. Nimm das mal. Okay, du bist schon halb da. Du kennst doch keinen Blog, oder? Schon wieder keinen Blog, Mann. Unfassbarer Typ. Der macht echt krasse Videos. Jimcana-Videos. Haben über 100 Millionen Hits. Das ist... Fast wie ein Actionfilm, außer dass es echt ist, verstehst du? Hier, du kennst das bestimmt schon. Aber er hat immer was Neues. Ich schick dir den Link. Nimm es als... Inspiration. Dann trennen wir die Männer... ...von den Jungs. Fester Handgriff, Mann. Pussy. Hahahaha. Hahahaha.